... Vielen Dank. Michael, Nils. Vorsicht! Das reicht nicht, wenn man das erklärt. Gurtchen, jetzt brennt die doch nochmal rüber. Wie man, schön, komm. Gurtchen, jetzt brennt die Sommerläufer. Jö, der erste Sommerläufer. Voran. Vielen Dank. Vorsicht, deine Ecke. Vorsicht. Ja, ja, von da. Die kommen alle von da. Das wäre auch blöd, hier runter und dann... Nein. Hi Felix! Lupi kommt! Lupi! Lupi kommt! Lupi kommt! Lupi kommt! Seht da drüben einer? Ja. Damit die hier wieder rüberkommen? Schön, Lupi! Ja. Aber... Und einfach hier hin können. Vorsicht, da kommen noch mehr, ne? Und die kommen gleich hier über die Brücke dann. Von da. Ja, wenn sie sich so um die Tour befinden, hätte sie nur noch hier rüber können, dann wäre gar nicht schlecht. Da. Lisa, wo ist denn gleich der Start? Ich meine, der war auch... Wo der Fünfer war da... Ich war ja nicht. Die sind ja zu spät. Bei uns in der Ausschreibung steht 14.40 Uhr dran. Oh. Ja, an der Straße auf jeden Fall, okay. Aber die letzten müssten die schon eingekriegt haben. Die war ziemlich langsam. Ich hoffe, ich schaff das... Ich dachte, die das vor dem 10 da rein zu kommen. Hier. Hier. Vielleicht steigert die das ja noch. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe gehört, Mia. Erstmal. 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 Ach, du bist fertig? Ja, ja. Ja, genau. 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 Ja, ja. Ja, genau. Also, schön bin ich nur nicht. Ja das ist Vielen Dank.